Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man ein Paypal-Konto löschen und somit den Account dauerhaft entfernen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In der App ist das Ganze der Zeit leider noch nicht möglich, weswegen wir mal einen beliebigen Browser in der Adresszeile www.paypal.com öffnen müssen, dann natürlich auch mit dem entsprechenden Account einloggen und jetzt ist einfach wichtig, dass keine Zahlungen mehr offen sind, also das Ganze muss jeweils schon abgeschlossen sein und auch das Guthaben muss 0,00 Euro betragen. Falls du übrigens noch Restguthaben hier drauf hast, dann habe ich auch schon ein extra Video gemacht, wie man dieses Restguthaben auf sein Konto richtig überweisen kann. Als nächstes können wir rechts oben ein kleines Zahnrad erkennen, was einfach für die Einstellungen steht. Da klicke ich jetzt mal drauf und dann sehen wir auch schon ganz unten links den Reiter Konto schließen. Da klicke ich jetzt ebenfalls wieder drauf. Als nächstes werden wir gefragt, ob wir sicher unser Paypal-Konto schließen möchten, da wir danach einfach nicht mehr darauf zugreifen können. In meinem Fall ja, weswegen ich es mit Konto schließen bestätige. Falls bei dir wie so häufig die Seite nicht erscheint und einfach ein Problem vorliegt, dann musst du mal auf diesen Link hier unten drunter draufklicken, dann kommst du nämlich auch schon zum entsprechenden Kundenservice. Anschließend links auf den Punkt Konfliktlösungen. Nun auf dem blauen Button zu den Kontoeinschränkungen. Danach links drüben auf dem Punkt Alles anzeigen klicken und wir können jetzt auch schon die entsprechenden Einschränkungen bei unserem Konto feststellen. In meinem Fall ist es wirklich nur das Problem, dass ich es nicht schließen kann und aus diesem Grund klicke ich mal noch auf Schließen und auf Klären. Jetzt können wir in meinem Fall erkennen, dass ich noch die Identität bestätigen muss und danach einfach auf den Button Los geht's klicken. Dieses Problem kann natürlich bei jedem anders ausschauen, doch auf diese Weise kann man es immer irgendwie lösen und danach dann mit der Löschung weitermachen. Zum Schluss erhalten wir noch die Bestätigung, dass es wirklich gelöscht wurde und normalerweise bekommen wir jetzt auch noch eine Bestätigungs-E-Mail an die hinterlegte E-Mail-Adresse und somit haben wir unser Paypal-Konto jetzt auch schon richtig gelöscht. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.